Leute, wir werden das Seth-Wurmloch schließen, und zwar in wenigen Augenblicken. Meine Güte, Alpha-Seth vernichten! Das ist ein Endkampf, der sich gewaschen hat, Leute! So viel zu unserer Überladung! Der Zug gehört mir! Wir haben eure Technologie weiterentwickelt! Ich halte doppelt so viel aus wie du! Wo bist du? Ach, da kommen die Kollegen! Shit! Sag mir, das wäre... Ja! War's das etwa schon, Jungs? Ihr enttäuscht mich! Aber ich habe keine Waffen! Ich habe nur den Bogen, sieben Pfeile, und da unten gibt es was zum Überladen! Und da gibt es auch Waffen, die Gauss zum Beispiel! Und da gibt es auch Pfeile! Und da gibt es was zum Überladen! Oh, da gibt es ja noch viel mehr! Erstmal kurz anpassen! Sekunde! So! Leute, wir haben ein Problem! Wir haben keine anständigen Waffen! Wo muss ich drauffeuern? Gib mir ein Ziel, komm! Shit! Und das war's! Ich bin besser als du! Prophet, werd nicht übermütig! Nur nicht übermütig werden, mein Freund! Ach du Scheiße! Wir müssen irgendwo was zum Überladen finden! Da haben wir ja schon was! Und ich brauche eine Ceph-Waffe! Ja! Jetzt können wir reden! Tja! Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na, war das schon alles? Nicht! Shit! Shit! Jetzt genau geht unsere Überladung runter Komm, 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 aufladen! Komm, komm! 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist für das Raptor-Team, du Hurensohn. Untertitelung. BR 2018 Michael! Michael! Raus damit hier! Ich sitze in der Falle. Der verdauere Kurs kläppt! Michael! Halt euch! Ich hole dich raus! Keine Zeit. Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durch! Ich werde dich da herausholen! Broppel! Bartz! Halt euch! Michael! Der Anzug! Ich kann nicht! Halt ab, Bartz! Es geht nie nur um den Anzug! Bartz! Bartz! Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. Prophet! 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken. Nur Befehle, Befeupt! Bist du überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Bartz! Halt euch! Jeder hat eine Wahl! Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Bartz! Halt euch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es ging nie nur um den Anzug! Bartz! Halt euch! Lorenz! Bartz! Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale, orbitale Vernichtung. Ziel wird erfasst. Manuelle Aussteuerung erforderlich. Target gescannt. Diese Invasion endet hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 In der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Information und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Fürs Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Sie nannten mich Prophet. Vergessen Sie mich nicht. Crysis 3 Meine Damen und Herren, Das war Crysis 3 Unglaublich starkes Ende. Unglaublich starkes Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass Crysis noch so ein Ende raushaut. Ich fasse zusammen. Die Seth sind besiegt. Der Alpha Seth ist getötet. Die Invasion ist mit Hilfe von Archangel aufgehalten. Das Wurmloch ist geschlossen demnach. Und es gibt da so eine Regel, die Filme bzw. Storystränge angeht. Und zwar ist eine Story erst dann wirklich gut, wenn der Hauptcharakter während der gesamten Story eine Entwicklung durchmacht. Und das hier wurde extrem, extrem gut umgesetzt. Wir haben da auf einer Seite Psycho. Psycho, der erst der perfekte Nanokrieger ist und jetzt wieder zum Menschen wird. Und wir haben natürlich Prophet oder Lawrence Barnes. Der erkennt, dass er sich nicht auf seine Ausrüstung verlassen muss. Nicht auf die Technik. Sondern, dass er selbst der Einzige ist, auf den er sich verlassen kann. Und diese Erkenntnis lässt ihn verschmelzen mit seinem Nano-Anzug. Und praktisch zum perfekten Krieger werden. Die perfekte Symbiose zwischen Mensch und Maschine. Könnte man schon fast einen gesellschaftskritischen Hintergrund dahinter sehen. Dass, äh, ja, eben der Mensch sich nicht zu sehr auf die Maschine verlassen sollte. Sondern eben eine gewisse Symbiose mit ihr eingehen sollte. Aber das ist jetzt schon wieder hochgestochenes Geschwafel. Zum Spiel an sich... Krieg ich Musik? Ja, ich krieg Musik. Super. Ähm, zum Spiel an sich extrem geil gemacht. Extrem geil. Wie ich schon befürchtet hatte und wie im Vorfeld schon bekannt war. Die Spielzeit leider ein bisschen knapp. Und... Ja, ich finde aber trotzdem, dass das der Schönheit des Spiels keinen Abbruch tut. Also das Spiel an sich echt, echt, echt große Klasse. Großes Lob. Steuerung sehr intuitiv. Richtig gut gemacht. Grafik natürlich absolut keine Frage. Das Beste, was man momentan so findet. Die Effekte und, und, und... Alles mögliche. Und auch die Rendersequenzen. Echt gut gemacht. Ein bisschen viel gescriptet so zwischendurch in Flugsequenzen und jetzt so am Ende. Aber trotzdem echt geil. Und ich kann da echt nur sagen, Hut ab vor den Jungs von Crytek. Hut ab vor Shevard Yerli, der diese ganze Sache geleitet hat. Ein großes, großes Lob ans ganze Team. Und natürlich auch einen großen Dank dafür, dass sie uns so ein großartiges Spiel beschert haben. Dass wir zu Hause in unseren Wohnzimmern, Arbeitszimmern, Spielzimmern, Kinderzimmern, Pornoküchen, Pornokellern, keine Ahnung, wo auch immer ihr das eben spielt, dass wir die da genießen können. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei euch, liebe Zuschauer, fürs Reingucken, fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern und fürs Kommentare schreiben, fürs Feedback geben, für alles einfach. Ich bedanke mich bei allen, die es komplett angeschaut haben, bei allen, die es nur teilweise angeschaut haben. Ich bedanke mich bei allen, die es auch nicht angeschaut haben. Einfach nur, weil ich mich unglaublich freue, dass Crytek so ein hammermäßiges Spiel rausgehauen hat. In diesem Sinne würde ich euch gerne noch bitten, mal einen Kommentar zu schreiben, wie ihr denn das Spiel fandet, wie ihr das Let's Play fandet. Meine Kommentare dazu. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen atmosphärisch zu gestalten und ja, die Atmosphäre des Spiels eben so ein bisschen zu unterstützen. Ihr könnt mir mal schreiben, wie euch das so gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne. Das war Jesu Anji mit Crysis 3 aus dem Hause Crytek. Prophet ist frei. Ich bin jetzt auch frei, denn ich werde jetzt meinen PC gleich ausschalten und ein bisschen die schöne Welt genießen und mich daran erfreuen, dass sie nicht von irgendeiner Seth-Invasion heimgesucht wird. Also, ich lasse das hier noch ein bisschen durchlaufen, damit auch jeder der Macher hier entsprechend gewürdigt wird. Vor allem die Story-Schreiber Stephen Hall, Lead Writer. Extrem großes Lob für die Story. Was mir extrem gut an der Story eben gefallen hat, ist die Entwicklung von Prophet. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich der Fokus der Story war. Ich glaube nicht, dass der Fokus der Story tatsächlich die Invasion war oder die Seth oder die Zerstörung der Erde, sondern tatsächlich die Charaktere an sich. Dass Psycho wieder zum Menschen wird, menschlich wird. Er verliert seine Freundin oder Frau Claire, ja. Und macht da eben diese Entwicklung durch und... Und... Prophet... Wird am Ende wieder zum Mensch verschmilzt mit seinem Nano-Anzug, den er so sehr liebt und wird zum perfekten Krieger in Zeiten des Friedens. Ich denke, das ist tatsächlich... Das... Das eigentliche... Denken in der Story. Ich glaube, darum geht es. Um die Menschlichkeit. Und... Ich weiß nicht, könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar dazu schreiben, wie ihr das seht. Wie ihr die Story seht, in welchen Grundsätzen ihr das verankert seht. Und ja, in dem Sinne lasse ich euch jetzt tatsächlich alleine. Würdigen wir gerade nochmal James Vincent Meredith, David Kennedy, Koscha Engler und Wolf Carla. Für die Stimmen und natürlich die anderen auch hier in der englischen Synchronisierung. Die Synchro übrigens auch auf Deutsch. Extrem gut. Hat mir gut gefallen. Es gibt ja Leute, die sagen... Synchro auf Deutsch in Crysis 3 ist jetzt gerade so nicht der Hammer. Ich fand sie nicht schlecht, ganz ehrlich. Ich fand sie nicht schlecht. Und es ist ja auch so der Trend der Videospiele, dass jetzt immer bessere Voice-Actors da angeheuert werden. Und ich finde, das hat man auch hier in diesem Spiel gemerkt. Und der Soundtrack, Leute. Ich kann dieses Spiel, dieses Let's Play nicht beenden, ohne auf den Soundtrack eingegangen zu sein. Aber erstmal hier Thilo Schmitz als Prophet, Jan David Röhnfeld als Psycho, Nana Spier als Claire, Wolf Carla als Rush. Und dann natürlich noch die ganzen anderen Nebencharaktere. Und der Soundtrack. Richtig, richtig gut. Leute, ich weiß nicht, wer für diesen Soundtrack verantwortlich ist. Ob da wieder Hans Zimmer mitgewirkt hat. Auf jeden Fall ist dieser Soundtrack extrem gut. Richtig, richtig geil. Untermalt das Spiel richtig gut. Zum Beispiel in diesem Kampf gegen dieses komische Viech mit diesen 8 Armen, das diese ganzen Seth um sich rum fliegen hat lassen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß. Irgendwie Mega, Master, sonst irgendwas. Keine Ahnung. Da war die Musikuntermalung echt phänomenal großartig. Und so muss ein Spiel einfach sein. Also nochmal, ich kann es gar nicht oft genug aussprechen. Ein großes Lob an die Jungs von Crytek. Für dieses ausgezeichnete, großartige Spiel. Sogar auf Türkisch synchronisiert. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ganz ehrlich. Terra Strickland. Wildan Turgbas. Ich kenne mich überhaupt nicht aus Japanese. Natürlich auch auf Japanisch das ganze Spiel. Und ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend. oder eine gute Nacht. Meinetwegen auch einen guten Morgen, wann immer ihr das gerade angeschaut habt. Das war Yezuanji mit Crysis 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. In einem meiner anderen Projekte. In einem meiner anderen Videos. Möglicherweise auch mal in einem Livestream. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und jetzt macht alle wie gewohnt weiter. Und tschüss. in einemhammer virtuell und weiß. Einmal Deutsch. Danke. Bitte. Vielen Dank.